Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also diese Fahrerei durch den Thüringer Wald war schon sehr schwierig und da denke ich natürlich auch an meine Mitbürger, die da durch müssen, zu ihrer Arbeitsstelle. Also hier muss was passieren. 1996 schaffen die Verantwortlichen um den damaligen Bundesverkehrsminister Wismann Tatsachen. Es beginnt der Bau zu einem der ehrgeizigsten Infrastrukturprojekte in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Tag, den die Menschen in Suhl lange herbeigesehnt hatten. Heute ist die Trasse geradezu prägend für das Stadtbild. Suhl lebt gewissermaßen im Schatten der Autobahn. Direkt an der Stadt liegt das Dreieck Suhl, an dem die A73 nach Nürnberg von der 71 abzweigt. Eine bessere Verkehrsanbindung kann man sich kaum vorstellen. Sie dürfte der Traum eines jeden Oberbürgermeisters sein. Martin Kummer war 16 Jahre lang Stadtoberhaupt von Suhl und weiß, für die Stadt war der Autobahnbau vor allem wirtschaftlich, überlebensnotwendig. Und jede Frage von Neuansiedlungen, die sind natürlich gekommen, egal wo sie herkamen, aufs Osten oder Westen. Ja, wo liegt Suhl, wie kommen wir da hin, wo ist das eigentlich? Und da hat man damals in den 90er Jahren, das ist natürlich auch schwierig, gezeigt, dass es Pläne gibt für eine Autobahn. Aber jemand, der sich hier ansiedeln will, der fragt nicht, ist es ein Plan, sondern wann kann ich auf dieser Autobahn fahren? Zu DDR-Zeiten war Suhl die kleinste aller 15 Bezirksstädte. Am Leben gehalten, vor allem durch politisch verordneten Ausbau. Gleichzeitig lag sie sprichwörtlich hinter den sieben Bergen, nicht mal 30 Kilometer vor dem eisernen Vorhang. Und sah sich nach der Wende völlig neuen Herausforderungen gegenüber. Es gab tausend Lehrbücher über den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, aber es gab eigentlich kein Lehrbuch über den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, sodass wir alle, die wir damals unterwegs waren, auch gelernt haben. Nur eines wussten wir, die Verkehrsinfrastruktur ist die Bedingung für alles. Ähnlich sah man das in Suhl selbst, weshalb der Autobahnbau dort nicht nur von der Politik, sondern auch von der Bevölkerung begrüßt wurde. Heute, 15 Jahre später, ist die Euphorie weitgehend verflogen, in der Stadt, in der einmal 56.000 Menschen lebten. Mehr als 20.000 haben der Stadt den Rücken gekehrt. Böse Zungen behaupten, wenigstens dafür war die Autobahn gut. Während, wie in Suhl-Nord, ganze Stadtteile verschwinden. Früher, das Zuhause von 14.000 Leuten, wird in acht Jahren nichts mehr davon übrig sein. Der wirtschaftliche Aufschwung, er ist ausgeblieben. Im ehemaligen Simson-Werk haben sich zwar ein paar kleine Firmen angesiedelt, ansonsten aber regiert der Verfall. Während die Autobahn hoch droben thront. Autobahn gleich Wirtschaftskraft. Dass es diesen Automatismus nicht gibt, erst recht nicht in einer künstlich aufgeblähten Stadt, haben sie bitter lernen müssen. Da gab es für Suhl, das muss man auch fairerweise sagen, auch in der damaligen Landesregierung lange Zeit überhaupt nicht, kein Auffangprogramm. So wie man heute vielleicht mit Regionen umgeht, wo ein Strukturwandel ist. In keiner Art und Weise. Im Gegenteil, man hat politisch sehr viel gegen die Stadt gemacht, um dieses nicht zu tun. Man wollte die Stadt eigentlich politisch weiter zurückdrängen. Und der Schwund ist noch nicht abgeschlossen. Prognosen gehen davon aus, dass sich Suhls Bevölkerung im Vergleich zur Wende bis zum Jahr 2030 halbiert haben wird. Autobahn hin oder her. So wie Suhl seinerzeit für große Hoffnungen stand, so steht das Bauwerk bei Elmenau stellvertretend für eine Reihe Befürchtungen und Kritik. Eine sogenannte Grünbrücke, angerichtet, um Wildtieren einen Übergang über die A71 zu schaffen. Knapp anderthalb Millionen hat sie gekostet. Ein Versuch, der Trasse einen grünen Anstrich zu geben. Die A71, auch eine Öko-Autobahn? Mitnichten, findet Ralf Uwe Beck. Er war in den 90ern Landesschef beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Und noch heute hält er die A71 vor allem für eines. Überdimensioniert. Naja, wir stehen vor Projekten, die schon auch Symbole einer verfehlten Verkehrspolitik sind. Das sind Prestigeobjekte, die man damals gebaut hat. Wir haben bis heute den Eindruck, dass die enormen Eingriffe in Natur und Landschaft und auch die großen Summen an Steuermitteln, die hier verbaut worden sind, nicht sauber abgewogen sind gegen das, was man an Nutzen sich versprochen hat. Im Kampf gegen die A71 schreckten die Umweltschützer damals auch vor radikalen Aktionen nicht zurück. Brandanschläge auf Baustellen gab es. Oder Baumbesetzungen, wie im sogenannten Bettelmannsholz bei Arnstadt. Aufgelöst erst durch einen damals recht umstrittenen Polizeieinsatz. Aber auch Sachargumente lieferten die Naturschütze. Sie ließen einen Alternativvorschlag erarbeiten, eine sogenannte kleine Lösung, die viel auf vorhandene Trassen setzte und schnell wieder aus der Diskussion verschwand. Damit hätten wir gar kein Problem gehabt, wenn man sich das ernsthaft angeschaut und wenn man das in die Abwägung einbezogen hätte, also wirklich geprüft hätte. Das hat man aber nicht. In meiner Erinnerung hat das Wirtschaftsministerium schon eine Stunde, nachdem wir das öffentlich präsentiert hatten, reagiert und gesagt, nein, das ist alles Quatsch. Ein besonders schönes Beispiel dafür, wie genervt die Politik bisweilen reagierte auf die Konflikte mit den Umweltschützern, lieferte ausgerechnet der Bundesverkehrsminister beim ersten Spatenstich zur neuen Trasse. Geld ist da für jede Schnecke, doch der Mensch bleibt auf der Strecke. Heute klingt er da wesentlich versöhnlicher. Trotzdem, es gab auch berechtigte Einwände. Und ich würde mal sagen, wenn man sich heute das Projekt anschaut, also von Erfurt bis Schweinfurt, wenn man den Aufwand sieht, der auch ökologisch geleistet wurde, der ja die Autobahn auch so teuer gemacht hat, dann ist das eher ein beispielhaftes Projekt und kein Projekt, wo man sagen kann, da ist man wie wild mit Beton durch die Landschaft ohne Rücksicht auf die Ökologie gegangen. Also wenn man abwägt, glaube ich, ist uns diese Versöhnung von Ökologie und Ökonomie einigermaßen gelungen. Dem halten Umweltschützer wie Ralf-Uwe Beck entgegen, dass die Autobahn vor allem im Abschnitt südlich von Suhl zu manchen Zeiten regelrecht verwaist ist. Und auch mehrere Studien wecken Zweifel an der Auslastung der Trasse. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis, das man seinerzeit den Planung und den Bau zugrunde gelegt hat, das hat sich halbiert. Das Verkehrsaufkommen, mit dem man gerechnet hat zum Zeitpunkt der Planfeststellung, das ist so nicht eingetreten, das liegt mindestens 30 Prozent unter der Prognose. Aber immerhin, die Grünbrücke bei Ilmenau und eine weitere in der Nähe von Meiningen werden von den Wildtieren offenbar angenommen. Spuren und Aufnahmen von Nachtkameras beweisen das. Zumindest hier scheinen Autobahn und Natur also einen Weg miteinander gefunden zu haben. Dabei ist die größte Umweltschutzmaßnahme der A71 gleichzeitig eine ihrer größten Attraktionen. Und die befindet sich bis zu 300 Meter unter der Erdoberfläche. Eine ganze Kette von Tunneln, die vor allem einen Zweck haben, den Thüringer Wald als sensibles Ökosystem so weit wie möglich vom Verkehr zu verschonen. Und wie ginge das besser, als die Blechlawine unterm Berg hindurchzuführen, anstatt darüber hinweg? Es sind ja, glaube ich, 40 oder 50 Varianten untersucht worden, in welchem Bereich die Autobahn am wenigsten Schaden einrichtet. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und dann mal sehen, wie kommen wir da zum Ziel. Herausgekommen ist ein Rekordbauwerk, der Rennsteigtunnel. Nur einer von insgesamt sechs Tunneln, aber mit Abstand der spektakulärste. Und mit knapp acht Kilometern Länge bis heute der längste Straßentunnel Deutschlands. 1998 ist offizieller Anstich. Damals heißt er noch Tunnel Christiane, nach seiner Patin Christiane Herzog, der Frau des damaligen Bundespräsidenten. In den folgenden fünf Jahren bohren und sprengen sich die Mineure Meter für Meter unter dem Rennsteig hindurch. Zeitweise von sechs Stellen gleichzeitig aus, fressen sie zwei Röhren durch den Thüringer Fels. Und das nicht etwa auf geradem und kürzestem Weg. Zum einen gibt's im Tunnel mehrere Kurven, zum anderen zu beiden Enden hin ein Gefälle von rund zwei Prozent. Und trotzdem treffen sich die Sprengmeister immer genau an den vorgesehenen Stellen. Und ich weiß es noch von den Bauleuten, die haben sich geärgert, wenn die Abweichung größer als fünf Zentimeter gewesen ist. Also da ist sehr hochgenaue Vermessung gewesen, Laservermessung. Und das hat also wirklich dazu geführt, dass die Abweichungen minimal gewesen sind. Als das Jahrhundertbauwerk im Sommer 2003 eröffnet wird, ist es nicht nur ein Zuschauermagnet, sondern auch der bei weitem teuerste Abschnitt der gesamten Trasse. Nicht nur wegen des enormen Aufwands beim Bau, sondern auch wegen der Unmengen Technik, die in den zwei Röhren steckt. Insgesamt 230 Überwachungskameras sind allein im Rennsteigtunnel verbaut. Dazu kommen noch einmal fast 600 in den zehn weiteren Thüringer Tunneln. Jeder einzelne Meter ist so einsehbar. Bei Bedarf können die Mitarbeiter um Gerhard Wahl hier sofort eingreifen und den Verkehr steuern. Die zentrale Betriebsleitstelle direkt an der Abfahrt Oberhof, quasi das Gehirn der Tunnelkette durch den Thüringer Wald. Jeder Tunnel hat seine eigene Anordnung. Wer weiß also, wo die Kameras auflaufen, die durchlaufen Bilder. Es ist eine Hilfe, dass wir ereignisgesteuerte Aufschaltungen haben. Also wenn eine Notrufnischentür geöffnet wird, wenn Stau entsteht, dann wird die dazugehörige Kamera aufgeschaltet. Dass also dort eine Überwachung auch ein bisschen automatisiert ist, aufgrund der Ereignisse, die passieren können, schaltet dann die Kamera auf. Und Ereignisse gibt es oft genug. Hier ist ein Lkw mit einer Reifenpanne liegen geblieben. Sofort reagiert die Tunneltechnik und sperrt den rechten Fahrstreifen. Auch die Autobahnpolizei aus Selameles trifft nach wenigen Minuten ein. Oft genug bekommen Gerhard Wall und seine Leute in der Leitstelle aber Situationen zu sehen, die sie gar nicht sehen wollen. Frauen, die in einem Anfall von Tunnelpanik ihr Auto stehen lassen und weglaufen. Ein Fahrer, den mitten in der Röhre offenbar ein dringendes Bedürfnis überkommt. Oder ein Fotofreund, der nach gelungenem Schnappschuss einfach wendet und zurückfährt. Nichts entgeht den elektronischen Augen. Also es hat sich sehr beruhigt. Die Anfangsjahre waren spannender gewesen, weil die Leute einfach auch mal üben mussten oder wissen wissen, was wir im Tunnel mitkriegen. Und solche Ereignisse sind auch immer ganz gut ausgeschlachtet worden. Also das war dann auch schnell bekannt, dass die Leute im Tunnel den Notruf verrichtet haben und ähnliches. Also das hat sich dann schnell beruhigt. Aus der Luft ist vom Rennsteigtunnel naturgemäß nicht viel zu sehen. Einzig zwei solche Schlote, die bei Oberhof im Wald herumstehen, deuten darauf hin, was an dieser Stelle etwa 30 Meter tiefer liegt. Sie gehören zu einem echten Wunderwerk der Technik. Zwei riesigen Luftaustauschzentralen. Die Belüftung der acht Kilometer langen Röhre, sie war die größte Herausforderung für die Planer. Denn in Deutschland gab es ja keinerlei Vorbilder für ein solches Vorhaben. Wir haben natürlich mit Architekten und Firmen zu tun, die weltweit Projekte bauen. Und wenn Sie an die großen Schweizer Tunnel denken, die ja durchaus beispielhaft sind, dann weiß man, man kann große Tunnelstrecken sinnvoll planen. Aber wir wären ohne internationale Erfahrung bei den Projekten sicher nicht so gut vorangekommen. Tief im Berg, in einem Labyrinth von Gängen, Treppen und Schächten, verstecken sich zwei gigantische Ventilatoren. Sie sollen vor allem im Brandfall dafür sorgen, dass Rauch schnell abzieht. Gleichzeitig dienen die Zuluftstollen als Zufahrten für Rettungskräfte. Im Tunnel selbst gibt es in regelmäßigen Abständen Querstollen, durch die man von einer in die andere Röhre gelangt. Im Ernstfall sind Feuerwehr und Krankenwagen so nach spätestens zehn Minuten an jedem Punkt des Tunnels. Nicht ohne Grund sind die Tunnel auf der A71 bis heute die sichersten in ganz Europa. Damit es so bleibt, wird regelmäßig nach- und aufgerüstet. Aktuell etwa testet man hier ein System zur automatischen Erkennung von Geisterfahrern, damit es solche Bilder in Zukunft nicht mehr gibt. Neun Kilometer Luftlinie entfernt hat man mal große Hoffnungen gesetzt auf den Tunnel und die A71. Luisenthal, zwischen Ordruf und Oberhof gelegen. Ein typisches Thüringer Walddorf, das auch vom Fremdenverkehr lebt. Im Gasthof zur Libelle sollte Betreiber Michael Ludewig eigentlich alle Hände voll zu tun haben. Zimmer, Restaurant, Biergarten, alles da. Nur die Gäste fehlen. Der Grund dafür fährt draußen donnernd vorbei. Luisenthal ist vom Schwerlastverkehr geplagt. Und auch Ludewigs Kundschaft bekommt ihn zu spüren. Ein Blick ins Gästebuch genügt und man weiß, warum hier gerade tote Hose ist, zur besten Mittagszeit. Ich hatte das schon sehr oft gehabt, dass Buchungen waren über mehrere Tage und nach dem zweiten Tag haben sie gesagt, tut uns leid, ist alles wunderbar, der Service ist gut, Küche ist sehr gut, alles in Ordnung, aber das ist zu laut hier. Vor dem Bau der Autobahn war die Strecke zwischen Gotha und Suhl, an der Luisenthal liegt, eine der Hauptrouten über den Thüringer Wald. Tagtäglich wälzte sich eine Lkw-Lawine durch das Engeltal, nur wenige Meter von den Wohn- und Schlafzimmern der Luisenthaler entfernt. Die große Hoffnung, wenn die A71 erst einmal gebaut wäre, würde all das ein Ende haben. Doch weit gefehlt. 14 Jahre nach Freigabe der A71 rollen die Laster weiter durch den 1300-Seelen-Ort. Zählungen durch die Einwohner haben ergeben, dass das Aufkommen im Vergleich zu früher etwa gleich geblieben ist. Und das trotz der A71. Die fahren sie doch mal auf der A71 lang, da fahren doch kaum Lkw lang. Jedenfalls auf dem Stück vom Erfurter Kreuz bis zum Abzweig hier Zellamelis oder Suhl ist, da fährt keiner. Obwohl es doch einfacher ist, aber die fahren in Gotha ab und fahren in Zellamelis wieder drauf. Und sparen damit genau 30 Kilometer und rund drei Minuten Fahrzeit. Vor allem aber die Lkw-Maut, je nach Laste zwischen 10 und 27 Euro. Seit Jahren kämpfen die Luisenthaler dafür, dass das Versprechen, das der Autobahnbau einst gab, doch noch irgendwann eingelöst wird. Es müsste eine Tonnagebegrenzung sein, zumindest. Dass man sagt, es gibt ja auch Lieferfahrzeuge und sowas, die müssen sowieso da sein. Aber wenn sie eine Tonnage auf 7,5 Tonnen, wie das woanders üblich ist, wäre schon eine große Erleichterung. Passiert ist bis jetzt nichts. Und Michael Ludewig hofft, dass es ihm nicht dereinst so geht wie seinem Vorgänger im Gasthof zur Libelle. Der musste wegen der ausbleibenden Gäste aufgeben. Auf eine gewisse Art aufgeben, das musste auch Thorsten Ritter. Immer wieder mal zieht es ihn an die Talbrücke Wilde Gera. Mit 110 Metern ist sie die höchste aller Brücken entlang der A71. Und diese Höhe wiederum hat etwas mit Ritters Beziehung zu ihr zu tun. Denn für ihn war die Brücke über die Wilde Gera vor allem eine Startrampe ins Glück. Ritter ist sogenannter Basejumper. Gemeinsam mit Gleichgesinnten hat er sich über Jahre per Fallschirm von der Brücke aus zuteil gestürzt. Und Ritter, er war der allererste. Damals, 2004. Unter Basejumpern gelten solche Erstsprünge als ganz besondere Trophäe. Es ist nicht so leicht zu machen, weil meistens über die Brücken ja eine Straße führt. Und dadurch, wenn man dann von oben von der Straße springt, ist dann ja auch Eingriff in den öffentlichen Verkehr. Ist eine Straftat. Und hier bei der Brücke ist es halt ideal, dass wir halt unter der Fahrbahn in dem Wartungskörper da langlaufen konnten. Und auf dem höchsten Punkt, auf dem Bogen, sind wir dann rausgekommen. Und konnten da ohne irgendwo, dass jemand oben da drüber gefahren ist, was mitbekommen hat, ja runterspringen. Andere fasziniert die Brücke vor allem wegen ihrer schieren Dimensionen. Eine Spannweite von 252 Metern hat der Bogen. Und sprengt damit auch bislang geltende Grenzen. Zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung war die Brücke über die Wilde Gera die größte Stahlbeton-Bogenbrücke Deutschlands. Ich habe unseren Architekten und Planern einfach auch vertraut. Denn die würden kein Risiko in die Landwirtschaft setzen. Wir wollten ja auch ein Zeichen setzen, wie wichtig uns die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit sind. Dabei wandten die Ingenieure und Bauarbeiter erstmals ein völlig neues Verfahren an. Der Bogen wird scheinbar freistehend hochgezogen. Ohne Stützpfeiler oder ein Gerüst. Gehalten werden die beiden Bogenelemente von zentimeterdicken Stahltrossen, die bis zu 30 Meter tief in der Erde verankert sind. Ein durchaus heikles Verfahren. Für die Bauarbeiter bedeutete das ständige Anspannung. Umso größer ist Stolz, als der Bogen nach mehreren Monaten Bauzeit geschlossen war. Man wächst halt mit der Brücke mit, von Anfang an bis oben hin. Das ist was Besonderes. So etwas haben wir noch nie gebaut. Das ist die erste Brücke jetzt, wo man sagen kann, da ist ein bisschen Kick dahinter. Andere konnten diesem Kick nicht so viel abgewinnen. Die Arbeiten in großer Höhe und zum Teil heftige Winde, die durch das enge Tal pfeifen, zehrten an der Substanz. Unter anderem zwei Kranführer gaben während der Arbeiten entnervt auf. Ganz anders die Basejumper um Thorsten Ritter. Ihnen kann der Nervenkitzel nicht groß genug sein. Bis die Behörden dem Spektakel 2012 ein Ende setzten. Weil es doch zu gefährlich ist. Und da wollte sich dann, glaube ich, auch keiner, wenn was passiert, da verantwortlich fühlen, weil er da irgendwo eine Unterschrift zur Genehmigung gegeben hat. Aber eines ist gewiss. Sollten hier an der Brücke über die Wilde Gera je wieder Sprünge erlaubt sein. Thorsten Ritter wäre wieder der Erste, der sich hinunterstürzt. Nach fast 20 Jahren Bauzeit ist die A71 seit 2015 durchgängig befahrbar. Vorbei an Erfurt bis zum Dreieck Südharz. Eine der Hauptadern im europäischen Verkehrssystem wird sie wohl nie sein. Ganz sicher aber für immer eine der spektakulärsten. Wenn man was gestalten konnte, wenn man die Früchte seiner eigenen Entscheidungen später sieht, dann kann man natürlich auch ein Stück stolz sein. Ohne die Autobahn hätte die Suhler Wirtschaft oder die Leute hier in Suh, die Stadt insgesamt, auch eine Zukunft. Die wäre eine andere, die wäre eine langsamere vielleicht und die wäre in eine andere Richtung gegangen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man hofft immer von einem Jahr aufs andere, dass es mal besser wird, dass eventuell mal der Lärm sich etwas nach einer anderen Seite verzieht. Aber bis jetzt ist das überhaupt nicht der Fall. Also es ist bestimmt ein bequemes Fahren und auch ich nutze die A71. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit gibt es nie wieder. Und das ist der Grund gewesen, dass man gesagt hat, wir legen möglichst alles unter die Erde.